Hallo, meine Freunde, was geht? Willkommen direkt zu... Oh, Soundload. 60 Sekunden! Wir machen... weiter. Mit Achievement-Jagen! Geil! Ich hoffe, vom Sound her ist alles okay. Ich fühle mich so leise. Das ist unglaublich. Ich will die Axt. Okay, ich nehme die Axt nicht. Ich nehme Essen mit. Essen, Essen, Essen. Trinken. Okay, zwei Flaschen Wasser will ich aber noch einsammeln gleich. Haben wir 3-3. Das passt bestimmt ganz gut. Okay, dann haben wir 4-4. Dann muss ich noch ein bisschen mehr einsammeln. So, hier hinten ist Dolores. Hey. Taschenlampe ist da drüben. Nehme ich nochmal das Medikit mit. Okay. Mary-Jane. Spray. Zack. Timmy. Trinken. Trinken. Nicht essen. Axt. Ich hätte nicht zurückgehen sollen. Scheiße. Ich wollte die Waffe noch unbedingt mitnehmen, aber das war ein Fehler. Dass wir halt ohne Ted einfach nicht überleben können. Das ist total dumm. Alle sind dumm, außer Ted. Okay. Akzeptiere ich so. Und ich muss dieses Buch finden. Ich darf dieses Buch nicht immer vergessen. Ich muss auf dieses... Ich muss mir dieses Buch holen. Auf jeden Fall. Es ist einfach so OP. So OP. Aber weil du halt... Du kriegst einfach so viel mit dem Buch. Es gibt so viele Events, die mit dem Buch gelöst... Nein. Oh, ich wollte... So viele Events, die mit dem Buch... Schwarzwäld? Gelöst werden können. Ähm. So viele Sachen, die repariert werden können mit dem Buch. Es ist halt einfach alles übel... Übel strong. Übel strong. So, jetzt. Zerbomber wollte ich, Mann. Und nicht Batman. Batman ist nur für Loser. Ha. Okay. Ich habe selber auch... Dings Schwierigkeiten. Auf Zerbomber. Ich nehme das Spielbrett mit. Und das Schloss. Zweimal essen. Okay. Da ist das Buch. Ich habe das Buch gesehen. Zack. Buch. Essen und trinken. Genau. Waffe. Karte. Reinschmeißen. Okay. Das. Nein, ich wollte die Gasmaske. Danke. Taschenlampe. Oh Gott. Ich muss Mary Jane und so holen. Und Timmy. Timmy. Rein. Mary Jane. Rein. Dolores. Radio. Trinken. Das ist Medikit. Medikit. Trinken. Spray. Essen. Oh Gott. Ich habe... Wuhu. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Alter. Mein Kaffee ist leer. Aber wir haben... Oh. Wir haben die Axt nicht. Nein. Aber sonst haben wir ganz gut Sachen. Alter. Alter. Wir möchten... Oh, nett. Und es wird nur... Koffer, Axt und Karten. Das ist nett. Das ist sehr nett. Ich warte wieder bis Tag 5, bis ich irgendwen losschicke. In der Hoffnung... ...dass vielleicht wieder das Militär sich meldet... ...und wir mit der Gasmaske irgendwas holen können. Genau, das meinte ich. Ich hätte eine Expedition starten können jetzt, ne? Ne, geil. Wuhu. Wow. Wir haben so viel Essen und Trinken, ey. Geil. Wir starten trotzdem erst an Tag 5... Ne, was? An Tag 5. Eine Expedition. Yeah. Okay. Okay. Jetzt schon mal vorbereiten. Ja. Gasmaske ist, glaube ich, das sinnvollste. Jetzt, wo ich die Erdbeben nicht haben will, kommen sie... ...kommen sie die ganze Zeit, Alter. What? Mann. Ist nicht eine Ernte. Wir schicken mal Dolores raus. Schicken mal Ted raus. Ich habe das Gefühl, der... Jawohl, nein, Dolores, komm. Ted ist irgendwie der, der am einfachsten verrückt wird, oder? Habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch nicht, wieso. Die anderen sehe ich selten verrückt. Selten. Wir versuchen mal, das Buch zu nutzen. Ted ist krank geworden. Ja, gut. Dann kriegt er halt wieder Mediket. Ist okay. Nein. Timmy hat zwar Geburtstag, aber... Nö. Nö. Nö, nö. Wasser, Wasser, Wasser. Okay. Timmy soll ja schließlich verrückt werden. So wie alle anderen auch. Eigentlich müsste ich auch keine Expedition machen, ne? Wir haben echt genug Sachen. Okay, vielleicht für ein neues Radio oder so. Das ist ja halt eine ganz nette Sache eigentlich. Aber sonst... Werde ich, glaube ich... Gleich eher auf die Expedition verzichten. Nicht, dass irgendwer nicht zurückkommt. Jetzt, wo wir eh keine Gasmaske mehr haben. Wäre halt echt doof. Neues Essen. Zweimal Wasser dazu bekommen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Wir verzichten auf die Expedition. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Hm, hm. Hat immer noch Hunger. Dahin gehen wir. Dahin gehen wir. Auf jeden Fall. Denn das... Ist gut. Ja. Die Zwillinge. Schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dolores hat immer noch Hunger. Ey, was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Mann. Das kann nicht wahr sein. Alter. Ist schon krass. Warum flöster ich? Ich weiß es nicht. Alle haben Hunger, außer Dolores. Und Ted auch nicht. Okay. Das sind nur Timmy und Mary Jane. Mary Jane. Okay. Ist okay. Ist okay. Durst. Jetzt hat der Hunger. Okay. Okay. Werdet alle verrückt. Ihr werdet einfach alle verrückt. Ich habe keinen Bock mehr, dieses Achievement zu versuchen. Das ist halt auch ein übelnerviges Achievement, Alter. Das zu bekommen ist halt echt anstrengend. Scheiße. Dolores ist krank, oder? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, komm. Sei ernst. Sie ist krank. Mann. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ansonsten. Oh, Mann. Ähm. Nein. Nein, wir lassen sie nicht kurz raus. Werdet, 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 werdet. Okay, noch nicht. Hm. Mann. Mann, Mann, Mann. Wir können an ein Medikit kommen, in dem wir irgendwas eintauschen. Oder. Aus dem Spray, was sie erstellen. Ich war gerade irgendwie. Tieraugen lassen wir, in Ruhe. Oh. Ich weiß nicht, ob... Seht ihr das? Da, so eine Wunde. Hier so. Das erkennt ihr kaum. Ja, ihr seht ja, wie rot das ist, ne? Das ist richtig aufge... Die Haut ist richtig weggebrutzelt. Ich bin momentan in einem Praktikum. Und zwar in der Küche, als Koch halt. Und... An so einem fetten, riesigen Bräter. Wisst ihr? Das, äh... Ja. So eine riesige... Ich sag jetzt mal eine riesige Pfanne. Äh... Hab ich noch gebraten. Und dann so ein übelster Fettspritzer auf diesen Finger. Und hab mir diese Haut da weggebrannt, Alter. Das tat so weh. Und das tut jetzt halt auch noch ein bisschen weh, ey. Das ist übel... Oh. Übel dumm. Das ist übel dumm. Ah, das tut echt weh. Haut halt irgendwie... Keine Ahnung, wie viele Hautschichten einfach weggebrutzelt wurden. So ein bisschen. So ein bisschen. Komm schon, gib mir ein neues Medikit, Mann. Ja, wir gucken in den Safe. Bitte. Medikit oder so. Nein. Essen oder so? Äh, Essen. Okay. Durst. Alle haben Durst. 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 Däm. 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 Äh. Trinken. Trinken. Essen. Trinken. 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 Essen. Trinken. Trinken. Essen. Trinken. Yeah. Ja. Wir können Dolores wieder heilen. Oh, geil. Geil. Dass ich jemals gesagt hätte, dass es geil ist, ey. Oh, Mann. Zack. Däm. 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 Gasmasker reparieren. Geil, Mann. Das ist echt voll cool, Junge. Wir können den Ben rausschicken. Yeah. Äh. Krankenhäuser geheilt. Jimmy. Ist artig. Mhm. Wir schicken Ted gleich raus. Ist der einzige, der noch nicht wirklich verrückt ist. Weil in den anderen... Also hatten wir halt schon Events, dass die verrückt werden könnten. Und deswegen... Schicken wir halt Ted raus. Weil da die Gefahr niedriger ist, dass er nicht wiederkommt. Irgendwie so würde ich jetzt mal sagen. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Äh, äh, äh. Okay, nichts mit den Leuten. Nur trinken. Wir haben keine Karten, mit denen wir... Mit über... Äh, was? Mit denen wir spielen können. Äh, äh, äh. Äh, trinken. Wasser. Auch Wasser. Okay. Nächsten Tag. Ah, am nächsten Tag. Und ich hoffe, Ted bringt nochmal Essen und Trinken mit. Und vielleicht ein neues Medikit. Das wäre ganz geil. Dolores hat noch Hunger. Okay. Radio wäre halt auch eigentlich ganz cool, ne? Muss ich ja sagen. Er hat kaum Essen und Trinken mitgebracht. Nur eine Taschenlampe. Nur eine verkackte Taschenlampe. Eigentlich müssen wir wen rausschicken, Mann. Eigentlich müssen wir wen rausschicken. Aber wir können's... Ich muss das. Warte mal, ich kann gar keinen rausschicken, ne? Ich kann alle rausschicken. Mann, ich... Mann, können wir aber nicht. Wir können niemanden rausschicken. Wir müssen auf die Events hoffen, dass wir irgendwie zum Altersheim hinrennen. können oder sowas. Darauf müssen wir grad hoffen. Nein. Euch ist langweilig, ist okay. Keiner wird verrückt. Was ist denn mit euch? Und verändert... Ist ein Teil der Wand nicht so interessant wie andere. Ha! Verärgert. Verärgert, okay. Wasser... 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 Hunger. Alter, dein Ernst, Ted. Dein Ernst, Ted! Ja! Das machen wir! Und ich glaub, wir schicken dann gleich Dolores raus. Oder Mary Jane? Gib's dir nicht um. Trinken. Ah, warte mal. Dann kriegt Mary Jane jetzt eine Flasche Wasser. Wir schicken sie raus. Mit gar nichts. Oder? Doch mit der Karte. Vielleicht kommt sie dann ja auch schneller zurück. Ich hab keine Ahnung. Schicken Mary Jane mit der Karte raus. Ja. Die anderen kriegen jetzt alle Wasser. Ja. Wir gucken in den Bunker. Eine Axt. Das ist okay. Das ist okay. Das ist super. Das ist schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hungrig, hungrig und Ted hat nichts. Wir brauchen halt mehr Essen und Trinken. Wir brauchen halt unbedingt Essen und Trinken. Unbedingt. Wird Timmy langsam mal verrückt? Ich glaube, es ist genug sein. Wer soll was trinken? Okay. Wasser und Ted hat immer noch Hunger. Ja, wir gucken zu den Senioren. Komm, gib uns ganz viel Essen und Trinken. Und Mary Jane ist auch wieder da. Aber nicht mit nichts irgendwie. Okay. Hungrig. Wasser, Wasser, Wasser. Nee, Timmy können wir nicht rausschicken. Dolores könnte. Ja, am Ende Dolores gefühlt. Kein Essen mehr haben, macht es nicht besser. Und jetzt... Okay, wir versuchen sie zu rationieren. Versuchen's. Dass sie sie nicht isst oder so. Wir haben sie glaube ich nicht verloren, oder? Nee, haben wir nicht. Nice. Hungrig. Alle brauchen trinken. Hungrig. Wir schicken... Wir schicken Dolores raus. Nee, Dolores ist langsam zu verrückt, oder? Ach komm, wir schicken Dolores raus. Wir hoffen, dass sie wiederkommt. Und wenn nicht... Dann ist es so. Dann ist es so. Können wir nicht ändern. Wir brauchen Essen und Trinken. Wir haben... Gerade trinken brauchen wir. Gerade trinken brauchen wir. Scheiß, die waren da, nee. Ja. Kommt rein. Gebt uns Essen und Trinken. Sie haben uns nichts weggenommen. Doch, das Schloss. Und die Taschen haben. Ja, okay, gut. Schade. Ich hätte gehofft, dass sie uns irgendwie Essen und Trinken geben. Oh nein. Leider nicht. Können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Dolores muss gleich wiederkommen, Alter. Wir haben nämlich sonst nichts mehr zu trinken. Nein. Wir tauschen nichts davon. Sonst sind Timmy... Okay, Dolores ist wieder da. Sie hat Wasser und Essen mitgebracht. Ja, und sie ist nicht krank geworden. Und eine neue Gasmaske. Huh. Huh. Und neues Radio. Huh. Geil. Timmy kann es schaffen, ins Ödland zu gehen. Ja, Mann. Geil. Oh, schön. Schön, schön. Timmy geht gleich raus mit der Gasmaske. Alle kriegen Trinken. Alle kriegen Trinken. Und Dolores kriegt noch was zu essen. Timmy geht raus mit der Gasmaske. Huh. Also bisher läuft es eigentlich ganz okay, ne? Weil knapp mit den ganzen Wochen. Aber sonst... Sonst ist es okay. Die Dolores hat immer noch Hunger, ey. Unsere Kart ist auch wieder repariert. Oh, Mann, ey. Das ist ein guter Run gerade. Oh. Der läuft gut. Ja, okay. Die Kart ist kaputt. Ha. So viel zum Thema. Sie ist repariert. Cool. Egal. Ist okay. Scheiße. Ich glaube, das war ein Event, das uns verrückt macht, oder? Ich glaube, das mit dem Verrücktwerden kriege ich nicht hin. Oh, cool. Das ist cool. Das ist cool. Das ist sehr cool. Wir haben erst zum Trinken bekommen. Schön. Timmy muss nur wieder zurückkommen. Hoffentlich. Hoffentlich. Trinken, trinken, trinken. Okay. Nein. Wir gucken nicht in den Lederkopfer. Das wäre vielleicht dumm. Timmy? Okay. Stand noch nichts mit Timmy. Scheiße. Timmy ist immer noch nicht wieder da. Okay. Aber steht immer noch nichts mit Timmy. Oh, Gott. Ich habe Angst, dass er nicht wiederkommt. Ja. Er ist wieder da. Oh, Gott. Geil. Und er hat so viel Essen und Trinken mitgebracht. Oh, Gott. Geil. Oh, Gott. Geil. Okay. Timmy hat Hunger. Dolores hat Hunger. Okay. Wir sind erst mal safe. Nein. Wir reden nicht mit Dolores. Heilige Scheiße, ey. Oh. Sie ist verrückt. Nice. Okay. Dolores ist schon mal verrückt. Das ist gut. Valgen hat Hunger. Timmy hat Hunger. Okay. Sie sind halt alle durstig. Aber. Ja. Kriegen sie halt erst an Tag 55 alles, ne? Ja. Trinken. Timmy ist immer noch hungrig. Okay. Okay. Komm, Timmy. Hier. Nimm. Okay. Wir haben leider keine Karte. Leider keine Karte. Aber das ist okay. Die Zwillinge könnten nochmal wiederkommen gerne. Trinken. Trinken. Genau. Sie kriegen jetzt alle trinken. Kommt wieder, Zwillinge. Ich habe jetzt das Medikit bei euch. Kommt wieder. Ja. So lebt. Ja. Okay. Nichts mit den Leuten. Das hatten wir schon. Nein. Das ist das, was uns kaputt macht, sag ich mal. Also. Was uns halt. Ja. Mary Jane ist auch verrückt. Sehr geil. Z hat Hunger. Grüne Flüssigkeit. Ja. Müssen wir reparieren. Denn sonst wird Mary Jane vielleicht mutieren. Das wollen wir nicht. Wasser für Timmy. Genau. Dolores hat Hunger. Dann kriegt sie Essen. Ted und Timmy. Ted und Timmy müssen noch verrückt werden. Mann. Ach Mann. Nahrung. Trinken. Nahrung. Alle anderen trinken. Okay. Die beiden kriegen nochmal Essen. Wir versuchen die Gasmaske zu reparieren. Sie ist kaputt. Naja. Ist okay. Wir müssen trinken. Trinken. Ja. Alle kriegen trinken. Okay. Nö. Wir rasieren den Bad nicht ab. Das Achievement haben wir schon. Wie hießen das nochmal. Äh. Oh. Wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr. Äh. Äh. Ja. Alles gut mit den Leuten. Lumber Sector. Genau. Ja. Wir gehen hin. Wir gucken, ob die da Vorräte haben. Ja. Hatten sie. Oh. Schön viel Essen. Das ist schön. Okay. Nein. Ja. Nur noch Timmy muss verrückt werden. Huh. Wasser. Wasser. Ted hat noch Hunger. Komm schon, Alter. Komm schon, Alter. Bitte, Alter. Bitte. Bitte. Nein. Komm, Timmy. 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 Ja. Wir haben das Kuckus-Nest-Getrieg mitbekommen. Ja. Mann, Alter. Wir haben gute Tage mittlerweile. Hoi, hoi, hoi. Geil. Alle kriegen trinken. So noch ist die Mary Jane Essen. Oh, yes. Ha. Schön. Schön, schön, schön. Äh, wie viel Essen und Trinken haben wir noch? Essen haben wir noch echt viel. Das heißt, wir schließen erst und stellen dann Fragen. Was? Schließen erst und stellen dann Fragen. Warte mal. Wer ein Mensch aus hatte aber dreimal so viele Hände wie nötig. Oh, Gott. Sechs Hände? Alter. Wir hatten uns eine Geschichte, die wir aus den Sammeln diskriminiert werden. Die Menschen schießen und erst und stellen dann Fragen. Er bot uns einen Deal. Für unsere Sicherheit sorgen. Das ist schön. Das Problem ist, jetzt sind alle verrückt. Das ist gerade ein Problem, weil... Naja. Sind alle verrückt. Weil... Die könnten abhauen. Und das wäre... Bisschen doof. Ha. Egal. Wir haben das so tief mit. Alles gut. Gerettet werden wir jetzt auch eine recht nette Sache, sag ich mal. Aber es ist okay. Okay, Mary Jane ist schon mal abgehauen. Okay. Äh. Achso. Oh, warte. Nein. Sie wurde entführt. Ah. Los, launch. Okay. Ja, wir schicken ihn raus. Vielleicht nimmt das das Verrücktsein. Nein, tut es nicht. Aber er ist krank. Oh, toll. Ha. Nett. Äh. Äh. Oh. Der Freund hat sein Wort gehalten. Er hat ein paar Freunde mitgebracht. Wir haben im Ausdruck sogar etwas Spaß gehabt. Und das... Äh. Wir haben ihn zum Abschied gewinkt. Wir haben ihn wiederzusehen. Ja, Timmy ist sehr gesund nach Hause gekommen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. An das Mediket jetzt nicht verschwendet haben, sag ich mal. Ist halt scheiße, was wir unseren Sohn mitgenommen haben, aber... Können wir machen. Können wir nichts machen, ne? Dump. Also. Ist halt doof. Das Rescue Someone from the Bandits Achievement wird halt übel schwer. Naja. Also irgendwen retten vor den Banditen, ey. Ich weiß gar nicht, wie man das schafft. Das ist... Ich hab keine Ahnung. Irgendwann kommt halt ein Event, das wir irgendwen retten können wahrscheinlich. Also. Mehr kann ich mir nicht darunter vorstellen. Jetzt ist Dolores weg. Und in zwei Tagen ist Ted weg. In zwei Tagen ist Ted weg. Weil. Ja. Die werden wahrscheinlich in zwei Tagen wiederkommen. Oder jetzt sogar schon. Ich weiß es nicht. Ja, wir versuchen es. Aber ich glaube, es bringt eh nichts. Er ist krank, oder? Ne. Ist er nicht. Okay. Oh, Essen bekommen. Okay. Ted hatte Hunger. Wow. Der Ernst, Ted. Und. Ja. Jetzt vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei. Weil wir können uns halt nicht dagegen wehren. Das ist das Problem. Wir haben halt nichts. Wir brauchen... Müssen unbedingt Pancake bekommen. Wir müssen die Axt behalten. Wir müssen die Waffe behalten. Und wir müssen das Schloss behalten. Und wir müssen Mary Jane mutieren lassen. Dann haben wir vielleicht eine Chance. Dann haben wir vielleicht eine Chance. So, Timmy fällt sich seltsam. Ted ist verrückt geworden. Angriff schlafen los in der Turmville. Schade. Da steht nichts, was die... Irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie so... Irgendwie so... Halt... Äh... Wie heißt das? Ähm... Wuuuuh... Mir fällt es nicht ein. Alle sind verrückt. Madhouse. Äh... Warte mal. Steht das da nicht eigentlich bei den Achievements? Verwandle dein Haus in... Oh, wie Konrad wird auch schwer. Irrenanstalt. Genau, Irrenanstalt. Oh, wir haben das ja auch... Ja, Mann. Wir haben das Achievement bekommen. Oh, ist das schön. Schön, Leute. Oh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Wir sehen uns bei... Das... Nächste Mal wieder. Haut... Da rein. Ja.